HappyBet ist ein sehr junges Unternehmen, das sich am österreichischen Sportwettmarkt etablieren möchte. Wir bauen eigene Wettbüros auf, haben derzeit ca. 15 Shops in ganz Österreich und öffnen jetzt auch den Markt für Franchise-Partner. Wir haben einen Standort in Österreich, in Deutschland und in Malta. Ich bin Marketing-Generalist und das beschreibt eigentlich schon relativ gut, was ich mache. Es ist ein sehr großes Aufgabengebiet und betreue eigentlich alles mit von Sponsoring-Themen als auch dann Marketing-Aktionen im Shop oder auch online. Ich bin die Assistentin der Geschäftsleitung. Ich arbeite sehr eng mit unserer Geschäftsführung zusammen, fungiere auch als Schnittstelle zwischen Deutschland und Malta. Mein Arbeitsplatz ist in ganz Österreich. Ich habe so in der Zentrale ein Büro, aber dadurch, dass ich im Außendienst tätig bin, fahre ich zwischen Salzburg und der Steiermark herum, betreue eben unsere Filialen, besuche unsere Shops, treffe mich mit diversen Partnern österreichweit. Unser Büro ist Open Space. Wir haben da ein Büro, wo wir mit allen Kollegen verschiedene Abteilungen zusammensitzen. Ich habe zwei Bildschirme zur Verfügung, einen Laptop, den kann ich auch mit nach Hause nehmen, wenn ich mal von daheim aus arbeiten möchte. Ich habe ein Firmenhandy. Die Firma HappyBad stellt mir ein Dienstauto zur Verfügung, das ich auch privat nutzen darf. Und wir haben da eine riesengroße Küche, die man in der Mittagspause nutzen kann, wo man sich gemeinsam was zu essen holen kann. Wir haben immer wieder die Möglichkeit, auch unsere VIP-Lounge zu besuchen im Rapid-Stadion. Es werden Teamabende veranstaltet, die die Mitarbeiter auch besuchen können. Die Karrierechancen und die Aufstiegschancen sind auf jeden Fall gegeben. Sowohl als Shop-Mitarbeiter oder im Backoffice hat man, wenn man motiviert an die Arbeit herangeht, viele Chancen, dass man sich selbst weiterentwickelt, aber dann natürlich auch von der Position, dass man neue Aufgaben hinzubekommt. Das Teamgefüge ist wirklich genial bei der Firma HappyBad. Jeder arbeitet gemeinsam. Wir verfolgen alle die gleichen Ziele, das sich auch im täglichen Alltag widerspiegelt.